einen wunderschönen guten morgen wünsche ich euch jetzt jetzt im hintergrund ich bin wieder draußen am wasser eigentlich um heute ja ich sag mal einen tackle clip aufzunehmen und zwar geht es um die sonic extractorouten in sechs fuß und drei lips ich habe da ja noch ein bisschen was vor wird es nächste woche noch mal ein video dazu geben also bleibt auf jeden fall dran und ja ich nutze die chance gleich um das gewinnspiel auszulosen beziehungsweise um die gewinner bekannt zu geben und die erfahrt er jetzt so dann gehen wir mal die die gewinner durch gab wie gesagt fünf plätze beziehungsweise fünf gewinner beim diesmaligen gewinnspiel der steinblei so muss man sagen und zwar ja nehmt einfach kontakt mit uns auf schreibt uns eine e mail oder auf instagram schreibt mich an oder info at gs baits.de kurze e mail an mich und dann machen wir das alles mit der adresse und mit dem versand und so weiter ich schau jetzt mal auf meinen speaker und platz nummer eins war der enrico gensmer herzlichen glückwunsch wie gesagt ich hoffe ich spreche alle namen jetzt hier richtig aus wenn das verzeiht mir bitte du bekommst fünf steinblei und auch noch mal ja so ein zweieinhalb kilo package von den gas baits boilies dann haben wir als zweitem gewinner den sebastian hartl auch an dich glückwunsch wie gesagt auch fünf steinblei und noch mal hier so ein zweieinhalb kilo package von den gas baits als dritten gewinner haben wir den eisensack mc kensy sehr geiler name muss ich echt sagen glückwunsch wie gesagt bekommst auch fünf steinblei dann als vierten gewinner haben wir den werner sen auch fünf steinblei und als letzten gewinner den christian dumpling also noch mal herzlichen glückwunsch an alle und wie gesagt nehmt kontakt mit mir auf und dann machen wir das mit der adresse auch nicht lasse das zeug zeitnah natürlich zukommen ja noch mal von meiner seite aus herzlichen glückwunsch noch mal an alle gewinner wer jetzt nicht gewonnen hat der hat natürlich noch die chance und zwar kann sie ab morgen dann am sonntag auch im gs baits shop direkt bestellen gleich braucht ihr da irgendwie sonderanfertigungen oder habt ihr fragen dazu haut einfach in die tasten kontaktiert mich über instagram über die ganzen kanäle über e mail auf gsbaits.de oder sonst irgendwo haut einfach in die tasten und ich schaue dass ich euch da schnellstmöglich feedback oder rückmeldung geben kann natürlich weiter hatte ich schon mal erwähnt hatte ich schon mal vorgegriffen und zwar nächster tackle test beziehungsweise review wird über die sonic extractor sechs fußrouten sein hier hatte ich jetzt ein jahr lang im test und wenn ihr das video nicht verpassen wollt ihr unbedingt gleich die glocke abonnieren auf der anderen seite und so bekommt ihr natürlich schnellstmöglich info beziehungsweise meldung wenn das video online geht da wird es natürlich auch wieder eine kleine art verlosung geben beziehungsweise ein gewinnspiel und somit bleibt am start wir sehen uns nächste woche beim nächsten video ich wünsche euch was macht's gut bis dann ciao